Nur weil Sonnenschein und freie Fahrt prognostiziert werden, kommt niemand ernsthaft auf die Idee, den Airbag im Auto abzuschalten und den Gurt abzulegen. Und auf einmal fährt ein Auto aus einer Ausfahrt. Das war in keiner Prognose vorgesehen. Niemand weiß, wann und ob etwas Unvorhergesehenes passiert. Weder an der Börse noch im Straßenverkehr. Fest eingebaute Sicherheitssysteme im PKW wie Airbag, Gurt und die Kopfstütze helfen, im Fall der Fälle allzu große persönliche Schäden zu vermeiden. Anleger verlassen sich in Sachen Finanzen oft auf die Prognosen von sogenannten Experten. Doch alle Arten von Vorhersagen für Wetter, Verkehr, Wahlen und Börsenschwankungen sind mit starken Unsicherheiten verbunden. Denn zu viele Faktoren beeinflussen das Geschehen dieser komplexen Systeme. Auch in der Finanzwelt sind Prognosen über Kursverläufe nicht verlässlich. Deshalb sind in den Veritas-Fonds verschiedene Sicherheitssysteme fest eingebaut, um negative finanzielle Auswirkungen so weit wie möglich zu minimieren. Wir suchen von vornherein die Aktien aus, die in volatilen Zeiten extreme Schwankungen vermieden haben. Wir bestimmen die Höhe verschiedener Anlageklassen in unseren Mischfonds so, dass immer noch ein Weiterkommen aus eigener Kraft möglich ist. Wir wählen die Bausteine unserer Fonds nach klaren Kriterien aus, um möglichst die jeweils besten in Sachen Preis- und Kursentwicklung im Fonds zu haben. Denn auch wir wissen nicht, was wann passiert. Doch wir sind auf Basis millionenfacher Simulationen vergangener Geschehnisse darauf vorbereitet. Immer und zu jedem Zeitpunkt.